Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, heute zusammen mit Wolfgang. Hallo. Ja, der Spielteil der mein Schild ist mein Freund. Junge, wieso meinst du das? Das ist so ein Agent, das ist so eine Truhe in der Art. Ich habe einfach den Knopf gedrückt, okay? Okay. Schau, hier ist das Zombie, ja? Ja. Okay, bau ein wenig den Hals einmal ab. Wieso ich? Ja, weil ich das sage. Danke. Heute versuchen wir Minecraft durchzuspielen. Beruhig dich einmal. Wieso, was für beruhig dich? Glaubst du, ich habe Minecraft spielgefühlt nie durch. Ah, aber mit mir schaffst du das sicher. Wirklich? Ich habe 1744 mal sterben. Da bin ich mir sicher. Ja, okay. Nur wie weit der Range habe ich bitte? Ich habe übelst weit der Range. Bei mir ist auch alles viel groß. Ja, bei mir auch. Ja, ich schaff's auch nicht. Ja, das ist mein Kopf. Ähm. Du baust jetzt schon ab. Ich habe Wort einfach einmal. Ich baust ein. Ich habe das Zombie kehrt. Ja, stark. Ja, stark. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich herz. Ich herz. Ja, ich habe dieses... Korrekt. Entschuldigung. Ja, warst du. Ja. Wolfgang, freist du dich auf die Aufnahme heiz? Ja, wieso nicht? Motivation. Komm, mehr Motivation. Ja, hui. Ja, hui. Wie Valentin immer sagt. Ja, hui. Jetzt gib mir, gib mir, gib mir, gib mir den Stick. Ja. Nein, nicht den Stick, gib mir Holz. Danke. Passt. Und jetzt was ist mit meiner Axt? Mit meiner Spitzhacke? Achso, die habe ich eh schon. Da hast du ein bisschen Holz. Ja. Spiel gerade noch ich Minecraft oder du? Nein, ich spiele auch. Da hast du Angst. Ja, was machst du? Ja, da haben wir... Junge, ich habe Fragen. Warum hast du zwei Crafting-Tape? Entschuldigung. Warum hast du zwei Crafting-Tape? Wir haben... Ihr habt schon ge... Gebaut, Kollege. Kollege. Nasteplo. Kollege. Kollege. Nein, nein. Geh. Geh du in. Buss. Geh. Ja, wie auch so. Na. Oh, schade. Ich baue Fiss, bin blind. Schade. Ja, komm her. Hörst du, hörst du den Zombie? Ja. Ja. Willi? Der Beinblock geht mir nicht ab. Hallo. Junge, wir spielen hier gemeinsam. Ja. Wört, ich stehe, tut sehr gut. Junge, kannst du mich mal bitte ausgelassen? Wieso? Ja. Danke. Tschüss. Oh, wie hoch ist das? Na. Lass dich... Hallo? Hey, lass dich die Crafting-Table. Ach so, das ist die Crafting-Table. Ja, schau mal. Kollege, da hin. Bau den Block da ab. Den da. Ja, jetzt kaufst du auch viel Kummer. Okay, ich baue da mal ein bisschen an den Tunnel. Äh. Wart. Hast du Stein? Ich brauch ein bisschen Stein. Wie viel? Fünf. Danke. Aua. Ich hab dich geschubt, Hanno. Jetzt hast du dich... Ach so, da... Ich komm in Frieden. Kollege, ich darf aufpassen. Jetzt frisst er. Junge, hörst du die ganze... Die Zombie... Beruhig die... Auf ihr Herzen. Beruhig die. Ja, mein Gott. Die Darabie beruhigen an deiner Stelle. Ja. Hä? Was macht das? Die ganzen Geräusche. Das Pio. Ja, was? Das Pio. Das Pio. Ein Schuhre botet. Äh, ein Schuhre... All woran. Ein Schuhre botet. Ja. Ich schau dich gerade nicht. Do it. Just do it. Ja, du it. Ja. Der Hüsstumann vielleicht... Arme. Danke für den Stein, der du mal geben hast. Ja, ich kann dir nur bis dahin anschauen. Ich hab auch bis dahin was für die. Er braucht jeder jetzt. Beruhig, ich brauch keinen Stein. Nein, das ist kein Stein. ich gehe auch wieder ein buchstein und jetzt ging es als irgendwelche geräusche machen dieser familie von zombies und zombies kehrt ich schaue perfekt bin in das loch gefallen hallo monster ja wo ist es abstand halten davon okay der bogen aufzug zu kämpfen kollege es ist noch jetzt kommen wir warten die nächste spinne kommt glaube ich habe heute herz kannst du jetzt mal nützlich machen in der erde zwar mit schwamm ist perfekt mit loch weg irgendwo ist er ist es nur irgendwo mit granit zur baut perfekt liebsten ja wort kürz docker heißen was kennen wir dann einige richtig für zombies überlebt ich bin da oben gesprungen da springen die physik kohle buchstäblich skelett ist ich bin da oben ich bin da oben ich bin da oben ich rette dich hilfe du warst noch mein erster abonnent ja hilfe ich bin da ja ah wir müssen besser spielen besser wie findest du meine lederjocken wie findest du meine lederjocken aber die lederjocken sommer bewegt ja hey damit dass der bloß ich habe verzauberten helm wer zum buch ich äh das ist der bloß kollega ja was ist los her ich habe es gefunden ich bin ihm sicher scheiß auf eisen ich habe es gefunden wo sind es war wagt ich glaube es ist ein spawner ja sehr gut ich glaube ich oder ich suche das du kümmerst dich um eisen und ich werde dann kommen da ist ein spawner hab ich danach wieviel hast du sag ich nicht erst mal du als erstes hast ich habe drei ich habe zwei da ist wieder eisen zwei baby zombies ja warum mein job warum mein job ja du hast es gefunden wer es gefunden hat der hat es behalten ist auch wenn der fuchs gibt wäri schlecht wäri schlecht wäri schlecht wäri schlecht wäri schlecht wir essen warum ist der fuchs in der höhle oder wäri schlecht irgendwie hat man schwanz was ist das zauberwort zu wenig herzen wissen das gefühl zwar jetzt wo bist du mein namen er kämpft dagegen die weg in bed sensieren sensieren er war die brot schneisen habe ich stehe ich stehe ich brauche oben habe ich steil ja ich baue mir gerade offen ich will es gott eisen ich habe direkt an dir gefunden ich bin einfach gerannt da ist ein zombie scheiße ich glaube ich finde noch mal hin ich glaube ich finde wieder so habe eisen spitz die eisen spitz zack ich renne doch genau da war es da war so genau ja 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 ich bin wieder da da ist ein creeper mein hier mein beileid meine mami hat mich wenn jemand zu dir sagt meine mami hat mich geboren dann sag ich mein beileid hello ja hast du den jawoll hast du 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 und das ist ja ja fix ja älter pumpkin aufpassen so genau jungen wir machen heute wirklich brauchen wir an der oberfläche aber ich habe der erste ende in der perle geben die schmerzen in der perle das block und ein glas blog ist sehr gut er kommt einmal zu mir ja ich komme ja was für die aus dem kreativ ich schon länger ich glaube herzen wer da parkiert leider was soll es hassen danke fürs eisen ja es ist so ungut das schild körper benutzt man nur was nie in der jahre edition die du noch der leider nicht passt am ist dort braucht man das mit rechtsklicken deswegen für angenehm als nicken kollege ist es okay ist es gibt effekte es gibt es gibt effekte da unten ist nichts abgesehen von der ja es ist glaube ich redstone oder was ja das was ich da was es ist das was ich da geglaubt ob es jetzt wo es rot ist der roter klumpen dann musst du direkt um es spielen auge wieder geglaubt ja ist das ende wo sie gucken kommt also geblockt egal wir beenden hier mit diese kleine runde von minecraft auf wiedersehen